Herzlich Willkommen zu der Praxisvorführung von der Firma Keim. Wir zeigen Ihnen heute hier unsere Innen-Soul-Silikatfarbe, unseren neuen Stern am Himmel Keim Innostar. Solsilikatfarbe Nassabriebsklasse 1, Deckkraftklasse 1, der mineralische Vergleich zu Premium-Dispersion. Unsere Innostar erfüllt sämtliche Parameter, die Premium-Dispersion erfüllt und kann dabei noch mehr, weil wir alle Vorteile silikatischer Materialien auf unserer Seite haben. Sie ist universell einsetzbar auf nahezu allen Untergründen, ohne vorherige Zuhilfenahme eines Kontaktanstrichs. Direkt auf Dispersion, direkt auf Raufaser, direkt auf Latex anwendbar. Super schöne Deckkraft, toll zu verarbeiten, lange Offenzeit, gut für Streiflichtsituationen. Hier in der praktischen Vorführung sehr schön zu sehen, dass sie wunderbar zu beschneiden ist, sie ist wunderbar zu rollen, auch auf schwierigen, saugstarken Untergründen, wie dem 140 Gramm Vario-Vlies von Erfurt, was wir hier als Testfläche zum Vorführen genommen haben. Man kann direkt Glasvlies in die Innostar einbetten. Sie ist direkt anwendbar auf Gipskarton, ohne Zuhilfenahme einer wesprigen Modierung. Sie ist sparsam im Verbrauch. Wir haben bei sehr hoher Deckkraft einen Materialverbrauch von lediglich 125 Millilitern auf einem Quadratmeter. Das entspricht acht Quadratmetern Fläche mit einem Liter Farbe oder im Umkehrschluss 100 Quadratmeter mit einem Eimer beschichtbar.